also man muss echt sagen richtig geil mit den texturen ich hasse das level jetzt schon weil das alles einfach so atmosphäre bringt meine fresse ich empfehle es jedem wo ist denn der pimmelberger kommt da was zur hölle was das für ein geräusch ach du scheiße also einen ehrlicher kannte ich der zweite ist mir neu was macht der hier drin verstecken oder was dich los alter ich bin doch nicht auf den kopf gefallen alter ich bin ja meister dieb pfeife das habe ich aber doch gerade ein bisschen erschrocken oh ja einen luftdrank das ist bitter ich weiß gar nicht ob diese barracks auch türen aufmachen können wäre jetzt mal interessant gewesen zu wissen das ist aber nix also ich bin jedes mal skeptisch wenn er hier mal kurz am rucken ist ach gott mongospinne ich liebe sie also man muss dazu sagen ich mag allgemein keine spinnen allgemein insekten hm das ist nicht so mein ding ach scheiße leute ernsthaft cool wenn wir die so auf distanz halten können ballert doch kriegt n like äh hallo hallo äh geh doch mal zurück scheiße scheiße ernsthaft oh du bist eklig komm hau ab ey geh sterben alter was deswegen wollte ich dich irgendwie anders platt machen ja komm gesell dich zu deinen kumpels ach mit ferner attacken kann doch jeder ja komm hallo hier bin ich wer glaubst ich warte hier dass du mich anquatzt na toll ich sehe jetzt schon den fünften teil ey garrett der asthmatiker fängt er ja nur an rum zu husten wegen so ein bisschen pupse ja los komm ey ja wie gesagt also mit viel schleichen hat das hier nix zu tun wir können ja eigentlich oh hä was hat der denn jetzt wieso rennen der Affe so weg alter im ernst das kann man jetzt nicht sein gehätert gesessen nicht was mich so ein bisschen an den minen stört ist dass die halt immer so ein bisschen brauchen bis sie wirklich auslösen ja komm komm kleiner geh mal zusammen irgendwo hin ne also das ist jetzt aber das ist verbesserte KI also naja ok heißt ja AI detection also dass die einen besser finden beziehungsweise schneller finden hat der jetzt nichts damit zu tun wie sie sich verhalten wenn sie halt flüchten wollen oder also ich bin hart gedamaged das ist ein bisschen ärgerlich und aus zuverlässiger quelle nämlich meinem gehirn weiß ich dass das hier der richtige weg ist und wir haben noch nicht mal die hälfte des levels wirklich erforscht und das heißt wiederum dass wir noch eine ganze menge finden müssen oh komm lass mich in Ruhe ich sag dir weh du atmest mich an immer in allen ecken gucken hier scheint nichts zu sein so wie viel haben wir jetzt 500 erst da teilen wir uns mal für später auf da fall ich immer ins Wasser das ist so ein bisschen lästig oh Gott was für ein Schisser ist er spinnend irgendwo ach fuck da kommen wir wieder nicht ran aber hier war wohl überall nichts tschüss oh Gott wer kann sich an das Geräusch erinnern das gerade war als ich die Tür aufgemacht habe das war ein Feuerschatten und ich glaube der haut mir richtig auf die Fresse ich hasse dieses Kackviech warum haben die den implementiert ey der ist unbesiegbar Barschen jetzt erst hier Schiss haben und abhauen und jetzt hier den Dicken markieren was für ein Arschloch er war ein bisschen paranoia ich wünsche mir jetzt gerade so ein bisschen unbesiegbarkeit und verwundbarkeit irgendwie jetzt hat er diese bekackte spinne mal irgendwo Woah. Oh yeah. ich glaub der ist unter mir da ist diese geschichte mit dem mit dem dingsbums machen sollen legen sie ein paar münzen auf das grab des wachmanns das bringt glück da ist das grab des wachmanns können ja mal kamikaze machen die sollten nämlich eigentlich noch mehr rumlaufen hier was bringst du dein bro nicht mit jetzt voll in den arsch treten ja komm nicht übergeben mitkommen ich will nichts sagen aber zombies sind echt keine herausforderung wenn man das nötige equipment dabei hat ja sagte ich ja sechs stück dann insgesamt mann bratzbirne beweg dich ok ich würde sagen das schneide ich raus aber das wäre echt selbstbeschissen ok ich revidiere meine aussage sie sind doch bedrohlich aber nur wenn man doof ist so wie ich jetzt können wir wenigstens noch mal runter gucken da müsste hier irgendwo umstiebeln oder nicht schweiß drauf ähm der Hauptsache kommt denn wallung ey ja genau man sollte nicht an einer lampe fest hängen zwischendurch wo sind das alle ne da fehlt ja noch einer oder oder ich kann nicht zählen wenn die so wackeln mann 2 4 5 da fehlt ja noch einer ja da ist er ja ist das jetzt sein ernst nicht weglaufen ja dann komm doch ob so du kriegst es heute noch hin Leute was ist los mit euch ey seid ihr unter die Statiker gegangen ach Gott leck mich am Arsch ey du gehst mir irgendwie auf den Piss voll im Ernst und so ey da wieder leuchtet ja genau komm wir schießen einfach mal durch den Zombie durch scheiße mann die Dinger sind teuer da gebt euch hart Kackviecher jetzt hab ich nur noch zwei Dingens zwei Herzpunkte Rüstungspunkte Sprecher mal auf einen separaten Safe vielleicht laden wir den anderen gleich nochmal und stellen uns vielleicht nicht ganz so blöd an und bleiben nicht an der Lampe hängen jetzt hier unten oder was feiger Pisser ok 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 schneller forschen alles rausholen was hier drin ist klicken wir mal wieder durch die Gegend Arschgel gespawnt gleich neu ok ja gut dann weiß ich jetzt wo das ganze war wo ist jetzt hier da also unten ist noch nichts obendrüber keine Ahnung ich mag diese Spinnen nicht die sind irgendwie ich weiß nicht die sind komisch die ähm ich weiß nicht irgendwie ja komisch da ist er so sollte das vorhin bei der scheiß Brücke auch laufen ne die sind irgendwie ähm die haben total weite Reichweite also Reichweite mit ihren Füßen oh cool geben wir uns erstmal ähm das denkst du so gar nicht daher finde ich sind die ein bisschen schwer zu bekämpfen sag ich jetzt mal so jetzt haben wir hier erstmal alles platt gemacht in der Ecke da hinten war noch eine Tür wir können ja hier nochmal reingehen hier war eine Treppe hallo äh Gerrit hat ein Problem mit Stufen geht der Typ jetzt unter die Rollstuhlfahrer ach Gott hier sieht man nicht mehr aufhängt nur weil er sich an so ein Seil äh an so ein Seil hochklettern so hochrangeln soll ah genau ja da wollen wir nach draußen gucken wir gucken nach draußen ich will gar nichts sehen oh no na gut so ähm aber weil ich ja so tolle Angst habe und mir gleich in die Hose mache vor Angst gehe ich erstmal aufs Klo äh ihr kennt mich ja bis gleich so da bin ich wieder vielen Dank für eure Geduld die nicht lange geduldet sein musste nein Quatsch äh weil ich äh ah hier ist dieser Grabgrütz aber hier nicht auch noch irgendwo eine Spinne ja war sie weil ich schneid das ja gekonnt zusammen zwei Spinnen ok ich spiele auf Experte ich merke das schon tja now you are dead ah toll die ist ja so kacke hinter dem hinter der Wand da trifft man gar nicht richtig wie kommen wir denn jetzt hier runter ohne zu sterben wie kommen wir denn jetzt hier runter ohne zu sterben ok ok äh anscheinend so ok du kackvogel mal mal gucken booyah 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 ach ok hier oben ist nix das ist anscheinend nur zum ausruhen wenn die Spinnen durch die Gegend gescheucht haben hoffen kann man das ja eh nicht das Grab des Wachmanns und in der Dingsbeschreibung steht Wachtmann jetzt sollen wir die Münzen da nur reinlegen um sie gleich wieder zu klauen ok ich dachte ich kriege jetzt so äh Auftrag erfüllt irgendwie sowas so eine Aufgabe erlebt oder so ein chest ja egal das ist gemein hier war irgendwo eine chest fies wo der Loot entfernt ah toll sehr nice hat das Haus nicht mal irgendwie ein Dach verdient oder sowas alles klar alles klar oh da liegt was wo man denn da ran höchstens wenn man den hier macht ich hoffe wir glitschen jetzt nicht durch die Lampe durch weil ich oder warte mal wir können den Sprung mal probieren wenn wir jetzt realistisch wenn ich da jetzt aufkomme bin ich tot oh Gott oh Gott yeah wow Pfeil naja gut das ist als nichts gut gut dann haben wir hier unseren Scheiß geholt dann können wir die Pfeile übrigens mitnehmen haaa das sollte auch so gehen äh ja ja wir mal zurück wo wir hergekommen sind so durch den Kamin voll eklig alter immer noch Korps Apart ist das Leichenteile zu nennen oder so Ventrax das musst du mal fixen Korps Apart geht ja gar nicht ey ohne Scheiß ist das so genial der Türknopf die Türklinke ist ja wohl der Hammer die glänzt sogar ein bisschen was war das für ein Geräusch nein ernsthaft ich hasse die Viecher doch der kann ich wenigstens von oben runter schießen die sind so ach sind die eklig irgendwie hat der Problem mit seiner Geanimation aber volle Kanne ja was ich bin hier oben du bist da unten was willst du jetzt machen ne ja kannst du den geben Arschloch ja wow wo willst du hinlaufen ah dahin cool gut gemacht voll Idiot wenn ich mich recht entsinne kann der nicht schwimmen das heißt er wird da unten jetzt krepieren und nimmt mir die Arbeit ab ja was kämpf gegen das Wasser los schlag das Wasser lauf gegen den Schmerz an was weiß ich ey der ist ja hartnäckig sucht er jetzt nach seinem Mörder der sucht Tatsalina dem Wasser aber der stirbt irgendwie nicht wo man nachhelfen hättest du mal lieber weiter gesucht irgendwann hättest du mich bestimmt gefunden also solange jetzt noch keine ähm Piranians oder sowas implementiert wurden wäre ich jetzt eiskalt dabei und sage wir springen erstmal ins Wasser wenn wir runter kommen müssen irgendwie mal kacke blau ja genau ach man was ist das denn jetzt hier eigentlich hallo ich habe Leertaste gedrückt du sollst dich da festhalten das wäre voll nett und so nö machen wir nicht das ist zu mainstream an dem Ding da sollte man sich nicht versuchen festzuhalten da bin ich schon mal dran gestorben oh wow du kannst es ja doch noch lol sieht das geil aus richtige richtige Knochen richtige Rippen und alles ist das geil hey Bentrax du kriegst so ein Like von mir aber sowas von super Arbeit ey Einigung und Schlüssel ach genau und ich gar nicht mehr weiß wofür ich den brauchte boah geil bisschen sei er sollte da oben gegen klatschen hat dann dong gemacht und da hat er im Moment geruckelt damit dieses Geräusch kommen konnte ich weiß nicht warum meine Soundkarte zu langsam so hier war ein Tunnel tauchen wir da einfach mal lang und schauen wo wir da rauskommen ich weiß nämlich gerade gar nicht mehr das ist die 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 Vielleicht brauchen wir den gleich. Dass es nämlich echt danach aussieht. Scheiße, das war zu spät. Wenn ich mich recht entsinne, macht der aber irgendwelche Geräusche, wenn er dann Schaden so bekommt. Wenn er durch Wasser bzw. durch Luftmangel Schaden bekommt, dann macht er aber auch irgendwelche Geräusche. Ich sag mal so, ich hab die normale erste Version gespielt, die es gab von dem Spiel. Es gibt ja mittlerweile schon zig fixes und Gold und was weiß ich alles noch. Daher... Es war so, als wenn das so wäre. Kathedralenallee. Sogar auf deutsch. Wow. Oh. Yay. Was wertvolles. Wow. 970. Wir sind ja stinkreich. Oh mein Gott. Da fehlen noch 1000. Wir sind so. Hm. Ich muss das grad mal überlegen. Blitzbomben haben wir ordentlich verballert. Blitzbomben haben wir ordentlich verballert. Blitzbomben haben wir ordentlich verballert. Wir sind so. Wir sind so. Und so.